Können Sie sich noch erinnern, als Sie ein Kind waren? Wie das ganze Leben noch vor einem lag. Wie ein Abenteuer. Und man voller Träume war. Wie es einmal wird, wenn man groß ist. Also wir würden in 20 Jahren schöne Feuerwehrmänner haben. Ich werde Designerin und Floristin. Das ist René. Sie ist eine Frau. Soll ich später mal meine Frau werden? Ich liebe sie. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir unser Haus ausziehen sollen. Das ist ja klar. Meins wird viel, viel, viel größer. Und einen Riesenpol noch, bitte. Hab ich. Da hinten. Das ist doch kein Pool. Klassenpool. Weißt du noch damals, hier in der Gondel? Möchtest du meine Frau werden? Ja. Ach, du meinst den Antrag, den du mir gemacht hast mit dem Plastikring aus dem Kaugummiautomaten? Ja. Das war wahnsinnig peinlich. Wir sind älter geworden. Wenn man sich jetzt so die Träume von damals anhört, dann fühlt man sich fast drüber lustig mal. Irgendwas mit Action muss da passieren. Ich finde es okay, dass sich Träume verändern. Sie können sich ja immer noch weiter verändern. Das ist lange her. Sind wir immer noch dieselben wie damals, nur halt älter? Ja. Da bin ich ja dann 33 und 20 Jahren. Bin ich ja voll alter. Ja. 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 .